Rambo? Ja. Hast du auch Fisch? Ich hab Ubarcina. Mit Knoblauch! Sollen wir echt essen gehen? Ganz schmeckt. Wo? In welchem Restaurant? Was willst du ein Restaurant? Hey, das gibt es in einem türkischen Restaurant, das tut man beim Braten. Einmal so... mit Knoblauchsoße. Mit Knoblauchsoße. Dieser nicht, Habibi, dieser, ich mein meine Ubarcina. Du weisst, ich weiss. Du meinst, Ubarcina mit... Was? Warte, mit welcher Kabab kommt? Ich weiss, welche Kababblöten. Ubarcina. Das ist ja lecker. Ja, ich weiss. Mit dieser Ubarcina und mit welcher. Aber das, ich mein nicht. Meiner, Habibi. Aber meiner auch lecker. Einmal Probleme, wenn man nicht schmeckt, nichts essen. Rambo. Wo warst du auf der Schule? Ja, ich hab natürlich, ich war Doktor geworden. Da kannst du nicht einfach Doktor werden. Was für ein Arzt bist du? Fischarzt. Ach, du angelst zu Fischern raus. Nein, ich muss probieren. Dieser Fisch, welches schmeckt? Dieser Fisch, das. Ja, ich muss probieren. Schmeckt gut, oder nicht das? Das ist ja. 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 Ja, ich muss probieren. Dein Oberteil ist schön. Bitte. Hast du nur dieser gekauft? Das hier? Ja. Ja, das ist ja ein anderes. Was steht da? Ist kaputt gegangen. Was steht da? Das ist Versace. Damit. Ja, Rambo. Ich bin Platz 6 dieser Woche. Ja, dieser Woche Platz 6 damit. Wow. Ja. Platz 6 damit. Dankeschön, Leute. Vielen Dank. Mein Team hat gesagt, ich habe in diesem ersten vierzehnten, ich habe Kacke rausgemacht, mein Team hat gesagt, bring Rambo Platz 1. Echt jetzt? Ja. Inshallah, Rambo. Inshallah. Du bist King. Danke. Du auch? Prinzessin. Deine Prinzessin. Damit. Bist du jetzt in Deutschland oder in Hamburg, äh, in Türke? Ich bin wieder in Deutschland. Wann gekommen so? Ah, hast du vermisst mich? Habibi, ich habe mich vermisst gekommen nach Deutschland. Mhm. Barello ruft mich an. Nicht, Alu, aufpassen, bringt nicht diese. Nein. Aufpassen, ihr bringt es nicht. Es ist gerade leid. Jetzt, neue Rennlässer, nur Rennlässer. Leute, neue Rennlässer kommt. Noch 10 Minuten, neue Rennlässer, Leute. Leute, alle liken, Leute. Bitte alle liken, Leute. Noch 10 Minuten, neue Rennlässer, diese Woche. Leute, Gas geben. Wir müssen Platz 1 nehmen, Inshallah, Leute. Platz 1. Ich danke euch an jetzt, Team Rambo, Leute. Ich bedanke euch an jetzt. Willkommen, willkommen an alle. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Leute, ich habe, diese, wie du gestern bist du fest, kannst du in meiner Seite gucken, diese YouTube, Ich habe bei meiner Seite gepostet.